Mit 0 zu 14 Punkten und die Gäste spielen mit an Nummer 1, Manuel Kupfer, Nummer 2, Wojtek Niemek, Nummer 3, Florian Fuchs, Nummer 4, Richard Haselbeck, Nummer 5, Manuel Buchner und Nummer 6, Berka Ahmed Önder. Mit den Doppeln, Doppel 1, Kupfer, Fuchs, Doppel 2, Kiemek, Haselbeck und Doppel 3, Buchner Önder. Wir grüßen Sie mit uns auch unsere Mannschaft an Nummer 1, der 61-fache deutsche Nationalspieler, aktuell Nummer 15 in Deutschland, Torben Wosig. An Nummer 2, unser Neuzugang, aktuell Nummer 22 in der deutschen Rangliste, sechfacher Nationalspieler, Philipp Floritz. An Nummer 3, unser Spielertrainer der ersten Mannschaft, Trivon Lenkerow. An Nummer 4, aktuelle zweifache bayerische Meister der Jugend, Jan Schubert. An Nummer 4 ist der Dietmar Weger. Entschuldigung, Nummer 5, Jan Schubert. An Nummer 4, der aktuelle deutsche Seniorenmeister im Doppel, Dietmar Weger. Und an Nummer 6, der Käpt'n Jürgen Besser. Der TSV Ansbach spielt mit den Doppeln, Doppel 1, Wosig-Floritz, Doppel 2, Längeroff-Besser und Doppel 3, Wieger-Schubert. Ebenso begrüßen möchte ich noch den Schiedsrichter der Begegnung, Horst Stühler vom TDC 70 Kruppberg. Wir starten mit den Begegnungen auf dem oberen Tisch, Tisch 1, Wosig-Floritz gegen Pimec-Haselbeck. Und am unteren Tisch, Längeroff-Besser gegen Kupfer-Fuchs. Ich wünsche uns allen schöne Spiele und eine bessere Mannschaft im Sieg. Vielen Dank! Vielen Dank.